heute am 29 vierten 20 23 jahr gibt es event in grafschaft ringen wunderlich anfahrt und wenn ihr bock habt zu wissen was da so los ist was passiert dann gleich nach dem kurzen intro geht wetter ist ja heute nicht so toll für so eine veranstaltung aber wenn ich das trocken was haben wir jetzt zwölf grad und display ja aber trotzdem habe ich mich deswegen wenn da entschieden ein stückchen autogramm zu fahren da bin ich auch schon wie man sieht in 23 minuten da es ist ja nun wirklich keine strecke ist so wunderlich genau bei der schönen abfahrt in grafschaft ringen die gefällt mir richtig gut ist super zu fahren weil ich mich dann wieder heute habe ich übrigens mal mit mit google maps weil die connected app die firma wunderlich nicht kannte ja eigentlich hätte ich gar kein navi gebraucht aber da ich autobahn fahren wollte gedacht wenn stau ist dann wirst du vielleicht umgeleitet das ist eine schöne ausfahrt hier hey kommt kommt fahr 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 ich bin mal gespannt was los ist wie gesagt wird dann nicht so toll für eine veranstaltung aber ich denke denke schon das ja fast pflicht veranstaltung und letztes jahr wo die gs verlost wurde die sonder edition modell da war ja quasi volksfest stimmung wahnsinn wahnsinn aber gut ja auch heute ich fahr erst mal vorbei und dann gucken wir mal wo ich die kleine sicher abstellen kann ja hier ist ja überall platz wahnsinn da ist noch platz das ziel befindet sich auf der rechten seite ja ich weiß wo die firma wunderlich ist guckte mal doch was los hier so ich bin da in grafschaft ringen beim wunderlich ja und hier ist natürlich ganz schön was los ich stehe mal noch gegenüber der anderen straßenseite wird jetzt mal gucken einige mitglieder sind da das ist der der gute mit seiner neuen duck mit seiner neuen duck mit seiner neuen duck ist auch schon da wo der kommt sehr unterschiedlich da wiegt er schon weil immer schüße fällt er ist kein schlechter imi mein freund moin grüß dich alles gut ja da ist der basti grüß dich urgestein vom wunderlich kann man fast sagen ja der christoph von burgen ist auch da ich bin es der stefan nebel da habe ich ihn endlich mal gefunden ja ist schon cool was man mit so einer gs alles machen kann mit so einem 250 kilo trümmerteil muss man dazu sagen mal Da warst du schon offen anscheinend, oder? Beim Arm machen ist die Klappe immer zu, und die ist immer zugemacht. Beim Arm machen ist die Klappe immer zu, und der Sound ist leiser als original. Und die andere Klappe geht sogar leiser als original. Leiser als original, ok. So, das war wunderlich Anfahrt 2023. Ja, war ganz interessant für mich. Super wichtige Kontakte geknüpft, und ich werde mal sehen, was draus wird. Ihr bleibt ja dran, am Kanal Himi, dann werde ich da auch in Zukunft berichten. Und ja, ich mache einen kurzen Clip. Und wenn euch der kurze Clip gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da. Und über jeden Abonnenten freue ich mich tierisch bis dahin. Tschüss, bye-bye. Euer Himi! Tschüss. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss, ich bin schön sat paling hoch. Tschüss, mach детей! Tschüss! Tählen, haben wir wieder ZDFY restore.